Species Plantarum ist der Titel eines zweibändigen Werkes von Karl von Linne, in dem er alle ihm bekannten Pflanzenarten beschrieb und erstmals für jede Art einen zweiteiligen Namen angab. Auf dem 1905 in Wien tagenden II. Internationalen Botanischen Kongress wurde der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Species Plantarum als Beginn der modernen Nomenklatur für Pflanzen festgelegt. Werk. Die erste Auflage erschien 1753 unter dem vollständigen Titel Species Plantarum exibentes plantas rite cognitas et genera relatans. Cum differentis specificis numinibus trivialibus synonymisch selectis losses natalibus. Secundum systema sexuale digestas beim Stockholmer Verleger Lars Salvius und ist dem schwedischen Königspaar Adolf Friedrich und Luise Ulrike. Gewidmet. Albrecht von Haller bezeichnete das Werk als Linnes Maximum Opus Seletinum. Entstehungsgeschichte bereits im Frühjahr 1733 erwähnte Linne die Absicht Species Plantarum zu verfassen. Er schrieb in einem Brief an den Kanzler der Universität Uppsala Gustav Kronjeln. Bis zur endgültigen Verwirklichung dieses umfangreichen Vorhabens vergingen jedoch noch fast 20 Jahre, in denen sich Linne durch Forschungsreisen in seinem Heimatland Schweden die Beschreibung lokaler Floren und die Inventarisierung botanischer Gärten detaillierte Pflanzenkenntnisse aneignete. In einem Brief an Abraham Beck wurde das Vorhaben Species Plantarum Anfang September 1746 wiedererwähnt. Gut drei Jahre später, Mitte Oktober 1749, schrieb Linne jedoch. Zu Beginn des Jahres 1751 nahm Linne erneut die Herausforderung Species Plantarum in Angriff. Die Fortschritte, die er beim Erstellen des Werkes machte, lassen sich den an Beck geschriebenen Briefen entnehmen. Anfang Juli 1751 bin endlich bis POAS 67. Ende November 1751 bin bis Eikessandria gekommen S. 466. Mitte März 1752 bis zu den Syngenessia gelangt S. 789. Mitte Juni 1752 ich habe meine Species beendet. S. 1200 Nach gut einem Jahr hatte Linne auf 1200 Seiten ungefähr 7300 Arten beschrieben. Inhalt alle in Species Plantarum beschriebenen Pflanzenarten kannte Linne aus eigener Anschauung. Entweder hatte er die Pflanzen während seiner Reisen durch Schweden beobachtet, sie in botanischen Gärten als kultivierte Exemplare untersucht oder sie anhand von Herbarmaterial studiert. In seinem Vorwort berichtete Linne unter anderem kurz über die von ihm unternommenen Reisen. Die beschriebenen Gärten und Herbarien und seine Schüler an das Vorwort schließt sich eine Liste der von ihm zitierten Autoren an. Der Anhang besteht aus einem Index der Gattungen, einem Index der Synonyme sowie aus einer Liste der Trivialnamen. Den Hauptteil bilden die kurzen Beschreibungen der Pflanzenarten. Jede Pflanze hat einen beschreibenden Artnamen, den Linne gemäß seinen in Philosophia Botanica aufgestellten Regeln formulierte. Nach dem Artnamen werden in abgekürzter Weise die Werke zitiert, in denen dieser Name verwendet wurde. Es folgen synonyme Namen anderer Autoren. Falls Linne die Art zuvor in einem seiner Werke anders benannt hat, stehen diese Synonyme an erster Stelle. Bei seltenen oder neu entdeckten Pflanzen hat er der Beschreibung einen Verweis auf eine Abbildung beigefügt. Am Ende jeder Artbeschreibung gibt er Hinweise zum Verbreitungsgebiet der Art und kennzeichnet durch ein Symbol, ob die Pflanze einjährig, zweijährig oder ausdauernd ist. Besondere Bedeutung hat das Epitheton, das er als Marginally zu jeder Art am Seitenrand vermerkte und das eine Neuerung gegenüber seinen früheren Werken ist. Der Gattungsname und das Epitheten bilden zusammen den binären Namen der Art. So wie er in der modernen botanischen Nomenklatur noch heute verwendet wird, Linnes' Beschreibung von Canna Indicae sieht wie folgt aus Canna. Erste Cannafolis Ovatis Utrinc Acuminatis Nervois. Indicae Heu Lugdb 11. FDFL Zeil Erste Hort ab Erste Cannapatulis Biflores Hortcliff Erste Arundo Indicae Latifolia Bau PIN 19 Habitat Intertropicus Aiae Afrique Americae Auflagen Erste Auflage Las Salvius Stockholm 1753 8 Grad Zweite Auflage Las Salvius Stockholm 1762 8 Grad Dritte Auflage Johann Thomas von Trattner Fien 1764 8 Grad Korrigierter Nachdruck Der zweite Auflage Binäre Nomenklatur der Pflanzen Kaspar Bauhin hatte in Pinax Theatribotanizie als erster den Versuch unternommen, die verwirrende Vielfalt der Pflanzennamen zu ordnen. Er unterschied konsequent die Begriffe Gattung und Art. Eine Pflanze wurde bei Bauhin durch einen Gattungsnamen und mindestens ein Beiwort beschrieben. Das die beschriebene Art von anderen Arten der gleichen Gattung unterschied. Mit der Entdeckung neuer Pflanzenarten wurde die differenzierenden Phrasen immer länger. Eine der Schwertlilienarten trug beispielsweise den Namen Iris Latifolia germanica och rolloicus venus flavis centibus e purpuras centibus distincta. Um eine Art zu zitieren, musste man faktisch die komplette Beschreibung der Art angeben. In den von Linne bis 1749 ausgearbeiteten Manuskripten zu Species Plantarum findet sich noch kein Hinweis auf zweiteilige Namen. Im Index des Reiseberichtes Ölanska och Gotländska Risa hatte er jedoch bereits die Pflanzennamen verkürzt in binärer Weise benannt. Die Idee eines Trivial-Namens für die Art formulierte Linne zum ersten Mal in § 257 von Philosophia Botanica. Er schrieb, dieser dem Gattungsnamen beigefügte Name, das Epitheton, sollte so weit wie möglich den wesentlichen Unterschied der Art zu anderen Arten derselben Gattung ausdrücken. Zu lässig waren für Linne auch ein besonders auffälliges Kennzeichen, lokale Ausdrücke oder die Namen der Entdecker. Das Ergebnis der Einführung zweiteiliger Pflanzennamen ist die konsequente Trennung der Beschreibung einer Art von ihrer Benennung. Das Ergebnis der Einführung. Vielen Dank.